So, hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Fans, hallo liebe YouTuber, ich bin's hier, euer Holger von Holgers Wunderland. Und ich seh' gerade, ich hab' vergessen, mein Licht anzumassen. Hallo, hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Fans, ich bin's wieder, euer Holger von Holgers Wunderland. Heute mal mit einer Sonderfolge speziell zu Weihnachten und zu Neujahr, nicht zu vergessen. Also, ich mach' heute ein bisschen, na, ich bin schon wieder viel zu noch, nee, das geht so, nee, du wirst ja ein bisschen lustig sein. Ja, pass auf, also, dieses Video braucht ihr nicht so ganz ernst mehr, müsst ihr nicht unbedingt, könnt ihr aber schon, müsst ihr aber nicht. Ähm, ich spreche heute über Treffen zu Weihnachten. Oder was passiert, wenn der Blackout zu Weihnachten passiert? Ob ihr nicht gucken könnt, was macht ihr dann? Ach ja, Steffen, ich hab' noch so ne verrückte Nutze. Ich hab' leider keine Weihnachten-Nutze, deswegen muss ich die heute herhalten. Ja, jedenfalls bin ich hier im Keller und ich wollte euch jetzt mal kurz zeigen, was man so alles braucht, wenn Weihnachten ist und dann die Krise ist. Also, ich hätte gedacht, als erstes mal, da hätte ich dann erstmal Paprika-Gulasch mit Nudeln und Erbsen und Wörn. Kann man zwar eigentlich nur in der Mikrowelle machen, aber was erwartet auch, wenn man einen Gaskoffer hat. So, und wie ihr seht, Kerbsen sind da, braucht man. Ja, dann hoffentlich habt ihr schon Schokoladenweihnachtsmänner und Lebkuchen und noch mehr Lebkuchen und Stollen und Spekulatius und Marzipan. Und natürlich auch in der Adventskalender, ich hab' jetzt nur so ganz Kleinen hier und Schokoladenweihnachtsmänner und noch mehr Schokoladenweihnachtsmänner. Ja, also ist ja ja, heute ist das Video nicht so ganz ernst. Ähm, was heißt eigentlich ein bisschen ernster schon, aber nicht so wirklich. So, deswegen, wenn jetzt Weihnachten mal, die bricht aus, äh, Strom fällt aus, ich hab's mal erlebt, vor sieben, acht Jahren oder so war das, oh, schon ein bisschen länger her. Ja, standen wir Heiligabend da und hatten wir da mal keinen Strom mehr, wir standen im Dunkeln. Ja, was macht man dann? Kein Strom, ja. Damals hab ich das Glück gehabt, ich war auch schon im Keller, ich hatte meinen Gastkoffer im Keller. Ich bin runter im Keller, ja, Ente braten, ähnlich, weil, äh, unmöglich. Also, Hackbraten in eine Dose, Gummikulasch in eine Dose, dazu knödeln oder Reis. Am zweiten Feiertag, Rago Feng, auch mit dem Gastkoffer zubereitet. Also, was ganz ähnliches, Wildschweinkulasch aus der Dose, Mandarinen aus der Dose, dann hab ich noch Ananas aus der Dose. Und wie die Leute, die ganz, ganz faul sind, eine Hotbox mit Kölnwurst. Also, Weihnachten ist immer, äh, was macht man? So, und, ähm, sagen wir mal, ich hab keinen Gastkoffer. Sagen wir mal, ihr habt jetzt nur, ich hier, nur einen Hotkoffer zum Beispiel. So, dann bin ich da fertig gemacht. So, jetzt sind wir am Aufspielen. So, was machen wir damit? Na, was machen wir wohl damit? Zum Beispiel eine heiße Schokolade. Oder einen Seelenwärmer. Oder noch eine angebrauchte heiße Schokolade. Oder, äh, noch eine andere heiße Schokolade. Oder ein Cappuccino. Ähm, ja, man könnte jetzt noch viel mehr nehmen. Ähm, ich nehme jetzt eine heiße Schokolade. Mit bestem Dank an Steffen K., Autor und Gedöns. Die hat Emmi mal geschenkt. Die werde ich jetzt benutzen. Ah, ey, wir mal! Oh, das ist fellig! Eine Worte. Oh, das ist ja, wieder ist er. Mohle. Ich komme zu jedem. Ähm, ich mache ihn. Oh, ja. Oh, ja! Ich mache das. Ah, ich mache das. Sagen wir, ich mache und dann, aber. Oh, ja! Ich mache das. Ich mache das. Ich mache das. Oh. Oh, ja. Oh, ja, ich mache das. So, und ihr wisst ja, Kerzen da haben, dann habt ihr Schokoladen, Weihnachtsmänner, was fehlt denn denn noch? Ja, ich würde ja sagen, wenn dein Blackout ist zu Weihnachten, ihr habt eine heiße Schokolade, dann komm, du musst was hier rum betreiben, über beiden Bank gedacht, ich hätte sie hier unterstehen, weil das Video wollte ich so versuchen, nur halbwegs genutzt zu machen. Aber ich werde mir jetzt eine Raubung... So, es gibt auch noch Lehrsachen, in der Zeit, wo jetzt das Wasser gleich kocht. Was braucht ihr denn noch? Ja, ihr braucht noch... Dosenwurst, Brot in Dosen, Trabkekse zum Frühstück, ihr müsst doch irgendwas, nicht nur Mittagessen, ihr müsst doch Angst was essen. So, und ich hab da noch was Tolles, ich muss mal eben den Namen weghalten, damit man das nicht rennt. Paradiescreme, mit Milchpulver angerührt, Milch in Wasser eingerührt, und das Ganze dann benutzen, hat man einen schönen Nachtisch, oder sowas habe ich auch noch rein, die Dessertcreme, kann man alles wunderbar zu Weihnachten machen. Pack das mal wieder weg, das wird alles zu poliantisch. So, solche Sachen kann man machen. Nehmen wir mal das Mütze hier ab, hier sind so Wartanschläge. Na jedenfalls, diese Fertiggeschichte kann man dann machen. Ich finde das wunderbar. Aber die Krise ist nicht wunderbar, also die hoffentlich kommen. Ich hab gleich empfangen gesehen, welche ich denn welche hatte. Es waren aber genug dabei, heute sind auch nichts geschnitten großartig. Außer jetzt wo der Kappe hier kocht vielleicht, äh, weiße Schokolade kocht. Und wie ihr seht, ich hab sogar einen Tannenbaum hier. Schöne Weihnachtsverleuchtung. Ich hab nur leider keine Kugeln mehr dieses Jahr. Weil wenn man alleine ist, braucht man das mit Kugeln. Ja, ansonsten, joa, äh, war's das jetzt soweit? Geht gleich, geht's weiter. Geht gleich, geht's. Geht gleich, geht's weiter. Geht gleich, geht's. Ja, geht's. Ich bin die Auslagerung. Ich bin halt so in der Hand. Ich bin dran. Und dann geht's. Ah, da seht ihr ja. So ist meine ganze Weihnachtenleuchtung, die ich jetzt hier erleuchten habe, ist alles über Batterien. Das heißt, das geht dann auch bis Weihnachten. So rausgesetzt, ihr habt genug Batterien eingeladen. Und man braucht viele davon, glaubt mir das. So eine Lichterkette, zwei Batterien, die große Lichterkette, fünf Batterien, die ganz große Lichterkette, drei Batterien, wäre ja auch irgendwo. Also das ist schon eine ganze Menge, da geht schon eine ganze, ne sechs sogar, sechs Batterien. Da geht schon einiges bei drauf. Aber wichtig ist, ihr habt sowas zu essen da. Und das ist nicht alles, was dann kannst du man jetzt. Das habt ihr ja sowieso zu Hause. Nehme ich mal stark an. Aber diese Dosen sollte man schon haben. So, mein Kaffee, mein heißes Schokolade ist fertig. Und die sehe ich zu heiß. Ist zu heiß. So, ihr seht mich immer noch in meiner verrückten Weihnachtslocation. Ich weiß nicht, ob jemals schon jemand so ein Video gemacht hat. Also, ich muss noch ein paar kleine Nachträge machen. Und zwar, wenn ihr da seid, seht zu, dass ihr Bluetooth-Lautsprecher habt mit auf dem Handy. Wenn die Krise ausbricht zu Weihnachten, dass ihr dann noch schöne Weihnachtsmusik auf dem Handy habt. Dass ihr per Handy an euren Bluetooth-Lautsprecher senden könnt und das dann abspielen könnt. Denkt daran, das ist ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt hier so eine verrückte Mütze auf und habe das andere Zeug alles weggeräumt. Das ist mir jetzt gerade so weit gefallen. Das ist ja auch ganz wichtig. Das ist super wichtig. Sogar super, super, super wichtig. Ich koche mir jetzt noch mal hier einen Kakao. Meinen zweiten heute. Also, ich kriege ja noch einen Zuckerstock wieder so weit wie ich. Das ist auch nochmal ein kleines Dankeschön an alle meine Unterstützer. Davon gibt es ja leider nicht allzu viel. Ich werde auch noch keine von keiner anderen Firma nichts unterstützt. Ich bezahle alles selber. Ich kaufe mir alles selber. Aber jetzt nochmal ein kleiner Dank an Schleppencar, Auto und Gedöns. Das hier war dein Kakao, den du dir geschickt hast. Da danke ich auch wirklich herzlich für. Der hat mir ein interessantes Video gesehen. Ja, was gibt es noch so zu sagen. Ich bin jetzt, wir müssen noch mal ein bisschen drüber reden. Ne, machen wir jetzt kurz mit rein. Nächstes Jahr geht es weiter mit dem Fahrrad-Roller-Wohnwagen. Dann muss ich aber erst jetzt mal ein paar Raum pausieren wahrscheinlich, weil mir fehlen Parteien und das kostet auch alles Geld. Und ich habe erstmal ein paar andere Aufgaben, die wichtiger sind. Ansonsten gibt es wieder im nächsten paar, ich weiß nicht, irgendwann im Laufe des Jahres, im nächsten Jahres ein paar Lager-Videos. Dann werde ich hier unten im Keller hier auch mal ein kleines Legal aufbauen und euch erst dann zeigen, wie das aussieht. Aber das wird erst im Laufe des Jahres nochmal passieren. Da muss ich jetzt wieder ein bisschen Geld ansparen. Und wann was genau wird, weiß ich noch nicht. Mein anderes Projekt ist immer noch nicht auf Eis gelegt. Mir fehlen immer noch Locations. Ich bin auch gerade dabei, ein Buch passend dazu zu schreiben. Weil das will ich nicht mehr so auf den Stegreifen machen. Das muss andere Buchs haben. Das dauert halt ein bisschen. Und da ich alleine bin, Recherche und so weiter, das dauert, das dauert. Der Fahrradanhänger jetzt. Oh, Wasser kocht. Das dauert alles ein bisschen. Das geht alles nicht so ratzfatz. Der Fahrradanhänger dauert auch länger als ich gesagt habe. Vor allem, weil ich immer wieder Material gefehlt habe. So, muss mal kurz hier. Was jetzt noch fehlt, werden wir auf dem Marschmatch raus, um das Ganze ein bisschen amerikanisch zu machen. Aber die habe ich leider nicht. So, ich werde den mal wieder weg. Die Marschmatch hat dunklen Namen. Aufmachen. Ja. Ja, war es das jetzt mit dem Video, glaube ich. Was an nächstes Jahr im Projekt kommt. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Es wird auch das eine oder andere. Also, es werden wieder ein paar Vorstellungsvideos kommen. Da haben wir auch schon ein bisschen was für gesorgt. Dann mache ich auf jeden Fall noch mal ein Video zu der Petroleumheizung. Ich habe sie nämlich jetzt mal ausführlich getestet schonmal. Ich habe aber kein Video dazu gemacht. Das habe ich jetzt im Laufe des... Ja, wie soll ich das sagen. Weil der Outdoor-Team-Gau hat ja eine Challenge ausgerufen. Von wegen, ein Tag, eine Woche, wo man mit... Von wegen, wenn Blackout ist. Kann ich nicht machen, weil die Arbeiten hier zwischendurch funktioniert einfach nicht. Aber ich habe trotzdem mal die Heizofrau probiert. Und ich habe sie heute in den Keller ausprobiert. Weil in der Wohnung ist mir das so gefährlich im Moment. Weil ich noch kein CO-Melder habe. Ich habe sie im Keller ausprobiert. Und da gibt es dann ausführliche Videos dazu. Ähm... Ja, ähm... Was habe ich sonst noch? Ja, jetzt... Ich versuche noch irgendwie Stromversorgungsvideos zu machen. Aber das ist halt eben ein kostenliches Thema. Weil ich das alles selber finanzieren muss. Und es ist schwierig halt. Dann gibt es im Sommer auf jeden Fall ein Video mit der Tour, wie ich mit dem Anima unterwegs bin. Das wird es auf jeden Fall geben. Entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Roller. Das kommen wir auch an, wie ich den Roller zugelassen kriege. Ähm... Ja... Und lasst euch einfach überraschen. Und ich wünsche euch noch ein frohes neues Jahr. Frohe Weihnachten. Und äh... Bis zum nächsten Video. Tschüssi Klocki. Tschüssi. Vad ähashi... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017